Und rechts daneben, ich weiß nicht, Film 5 oder so, ne? Guck mal eben auf der anderen Seite, bis wohin das geht. Oh, oh! Oh, oh! Ja. Sollen wir uns eine Waffe holenpuchen? Hat die auch eine Waffe? Nee, danke. Was anderes? Luca muss aber noch fragen. Hast du dir einer noch? Warte, dann sind wir mit. Dann sind wir trotzdem in den Rausch. Ihr habt aber gut gespielt, sauber gemacht. Gut gespielt habt ihr. Ja, das zählt jetzt noch dein Tor. Zwei Stück hast du schon. Zwei hast du schon. Zwei Stück hat er gemacht, nicht schlecht. Das 1-1 beim ersten Spiel hat er geschafft. Hier, jetzt. Ja. Ja. Genau, da war die andere Ruf. Vielleicht hier auch immer noch nach der Brasile oder der war bei hohen Streifen. Da war es dann, da war es dann, da war es dann. Da war es dann, da war es dann, da war es dann. Da war es dann. Gut. Warte. Warte. Genau. Das war's für heute. Die Kirche ist in der Kirche. Die Räume sind in der Nähe des Räufs und in der Nähe des Räufs. Das ist schön. Die Köln ist ein bisschen großartig, aber es ist ein bisschen großartig. Das ist so gut. Mit Lenis. Oh, jawoll! Schön! Schönes Tor! Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich bin ganz schön. Ich bin schon. Ich bin schon. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Luca, bitte. Just an Aufmerksamkeit. Oh Mann, was machst du da? Was denn? Oh Mann, was macht der denn in die Ecke? Oh Mann, was macht der denn in die Ecke? Erstmal hier. Erstmal. Oh Mann. Oh Mann, was macht der denn? Oh Mann. Oh Mann. Und was? Hast du mein Auto hier? Du fühlst es besser, oder? Eli? Oh, das ist mal hier! Ja, meine Brille! Die Brille ist ein bisschen leer! Ne? Schmacks! Ach so! Dankeschön! Boah! Hast du gesehen? Wollte ich gerade weg, Mann! Wollte ich gerade weg, Mann! Jawoll! Das Spiel, die wir haben, mit dem 2 gegen FGV-10 Ende 2 zu 1